Heute möchte ich euch eine Eigenkreation einer Kartoffelgemüsewizza für vier Personen vorstellen. Für die Zutaten brauchen wir 40 Dekker Kartoffeln, etwas Salz, zwei Eier, ein halbes Kilo klein geschnittenes Gemüse, eine Zwiebel, Toast, Käsescheiben und 15 Dekker Schinken. Die 40 Dekker Kartoffeln kochen und dann passieren. 10 Dekker Kartoffeln 10 Dekker Kartoffeln 10 Dekker Kartoffeln j � follows dunkel нев粉 zack 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 schnitz wütend Mit zwei Eiern, Salz und Mehl macht gefühlt einen Teig kneten. Das ist gut, was ich. Die Zwiebeln schälen und dann mit einem Vorhobel ganz rein die Zwiebeln schneiden. Die Zwiebeln schälen. Die Zwiebeln schälen. Den fertigen Kartoffelteig auf einem mit Olivenöl bestrichenen Backblech auf eine Stärke von 2 mm auswalten. Die Zwiebeln schälen. Die Zwiebeln schälen. Den Kartoffelteig reiß ich mit den geschnittenen Zwiebelringen belegen. Die Zwiebeln schälen werden dann mit dem Schinken bedeckt. Zum Schluss streuen wir dann das vorgeköchelte Gemüse auf die Käsescheiben. Und das Ganze wird dann bei 220 Grad im Rohr ca. 20-30 Minuten gebacken. So sieht nun die fertige Pizza aus, bevor wir sie in den vorgeheizten Rohr einschieben. Dazu passt eine Knoblauch-Kräuter-Sauerrahm-Soße. In einen Viertelliter Sauerrahm werden 4 Knoblauchzehen hineingepresst. Dann Knoblauch zum Sauerrahm zugeben. Einen Spritzer Senf zugeben. Mit Salz und Pfeffer die Soße abschmecken. Ein kleiner Tipp am Rande. Diese Soße eignet sich hervorragend zur Grinspeise. Die fertige Kräutersauce. So sieht die fertige Pizza aus.